Endspurt beim Synodalen Weg. Anfang März findet die fünfte und letzte Vollversammlung in Frankfurt statt. Herr Bischof, kürzlich wurde bekannt, dass Sie und vier weitere Bischöfe sich vom Vatikan eine Art Dispens haben geben lassen für die Beteiligung an diesem sogenannten Synodalen Ausschuss. Dieser Ausschuss dient dazu, eine stärkere Beteiligung von Laien am katholischen kirchlichen Leben in eine feste Form zu gießen. Warum wollen Sie da nicht mitmachen? Zunächst einmal muss ich klarstellen, ich bin nicht nur dabei bis zum Endspurt, sondern war auch beim Startschuss dabei. Ich bin insofern Synodaler Bischof, als dass mein erster Auswärtstermin einen Tag nach meiner Bischofsermennung mich nach Frankfurt führte zum Startschuss. Dispens heißt nicht, dass wir nicht mitmachen wollen, sondern es ist die Nachfrage, müssen wir beim Synodalen Ausschuss mitmachen. Es geht uns allen um die Beteiligung der Laien am kirchlichen Leben im Bistum, gerade hier in Augsburg. Aber es geht vor allem darum, ob die Leitungsstruktur der Kirche, wie sie im Ausschuss angedacht ist, dem katholischen Kirchenverständnis entspricht. Das ist der Knackpunkt. Sie sind ja aber in der Minderheit. Zwei Drittel der Diözesanbischöfe scheinen offenbar kein Problem mit diesem Ausschuss zu haben. Sie haben im September eben dafür gestimmt und beharren weiterhin auf diesen Gremien. Ich kann nicht sagen, wie es im Innenleben meiner Mitbrüder aussieht. Ich weiß nur, dass doch sehr, sehr viele darüber nachdenken, wohin der Synodale Ausschuss führen soll. Und ich selber habe nicht in einem kleinen Konventikel von Außenseitern mitgewirkt, sondern bevor ich mich an diesem Brief nach Rom beteiligt habe, habe ich die Anfrage, mein Abwägen, mein Ringen auch eingebracht in das Domkapitel und auch in die Hauptabteilungsleiterkonferenz. Es gab eine Stimme, die eher davor gemahnt hat, es nicht zu machen, aber alle anderen haben mich unterstützt. Fragt doch mal in Rom nach. Mehr ist das nicht. Außerdem bin ich voll für die Beteiligung von Laien am kirchlichen Leben. Ich kann, glaube ich, schon für mich behaupten, dass ich das Gespräch mit den Menschen suche, nicht nur in der Fläche, sondern auch in den Gremien, die da sind, vom Diözesanrat bis zum Priesterrat. Im Kern geht es ja wahrscheinlich um diesen Begriff der Synodalität, dass da unterschiedliche Vorstellungen vorherrschen. Was bedeutet für Sie Synodale Kirche? Für mich bedeutet Synodale Kirche das, was der Papst immer wieder sagt, vom Griechischen her, miteinander auf dem Weg sein. Ich war damals Diözesanadministrator vor dreieinhalb Jahren und da habe ich ein geistliches Wort in die Fläche des Bistums reingeschickt, nämlich Sünn, miteinander. Das ist Synodalität. Synodalität, denke ich, ist ein theologisch-geistlicher Begriff und nicht eins zu eins zu setzen mit einer Demokratisierung der Kirche. Gleichzeitig braucht die Synodalität immer auch den Episkopat oder das Amt, runtergebrochen bis hin zum Pfarrer, als Zeichen der Einheit. Also Synodalität und Amt brauchen einander. Der Amtsträger, in welcher Ebene, braucht das Volk. Da ist er synodal gemeinsam mit dem Volk Gottes unterwegs. Und gleichzeitig braucht das Volk Gottes auch Menschen, die für die Einheit garantieren, nämlich Amtsträger, durch Weihe übertragen. Stichwort Einheit. Sie verstehen sich in Ihrem Amt ja als Brückenbauer. Jetzt gibt es aber viele Menschen, die sagen, ja, jetzt ist der Herr Bischof auf der Seite der Konservativen gelandet. Was entgegnen Sie denen oder wie sehen Sie das? Irgendwo ist es ja ein Kompliment zu sagen, ich bin konservativ, weil ich doch auch einen 2000 Jahre alten Glauben bewahren möchte, aber nicht in der Konserve weitergeben möchte, schon was meine Predigten anbelangt. Ich biete keine Predigten aus der Konserve an, aber ich versuche, das Gute, Bewährte auch zu erhalten und trotzdem dynamisch mit Veränderung in die Zukunft zu gehen. Ich nenne Ihnen ein paar Beispiele. Zunächst in meinem Bischofshaus sind viel mehr Frauen tätig als Männer, auch in entscheidender Funktion. Ich denke an meine Nachfolgerin im Seelsorgeamt, eine Frau. Ich erinnere an die Wiedererstarkung der Wichtigkeit von Wort Gottes feiern. Die werden auch bischöfliche Beauftragungen bekommen, die Frauen und Männer, die das machen. Wir bieten Kurse an. Auch diese Dinge sind notwendig, dass es bei den Menschen ankommt. Und da glaube ich, das würde ich mir wünschen, dass dies auch wohlwollend kommuniziert wird. Nicht nur zu schauen, was der Bischof Bertram noch nicht tut, weil ich auch ein Gewissen habe und es nicht verantworten kann, sondern zu schauen, was ich schon getan habe und was ich weiter vorhabe. Es geht mir um eine geistliche Reform der Kirche, nämlich, dass wir uns von Jesus Christus in Dienst nehmen lassen, Freundschaft zu Gott pflegen und sein Evangelium den Menschen anbieten. Das ist für mich geistliche Erneuerung und das ist nicht nur Strukturerneuerung. Wie geht es denn jetzt mit dem Synodalen Weg weiter? Kann man diese verschiedenen Positionen noch zusammenbringen? Oder ist das, was Sie ja zu Beginn als geistliches Experiment bezeichnet haben, letztlich gescheitert? Ich gebe die Hoffnung nie auf. Es ist so ähnlich wie im Chemiesaal. Da sehen wir Explosionen, aber beim Experiment kann es passieren, dass die Vermischung verschiedener Elemente auch zu ganz überraschenden Lösungen führt. Und ich glaube, dass sozusagen der Leiter des geistlichen Experimentes noch immer der Heilige Geist ist. Seiner Fantasie möchte ich keine Grenzen setzen. Ich bin selber bereit, mich von ihm verändern zu lassen, erwarte mir aber auch vom Volk Gottes in Augsburg, dass wir uns nicht auseinander dividieren, sondern dass wir immer miteinander in einem Boot bleiben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bischof. Bitte. Bitte.